Ah, nie hallo, Hallöchen, da bin ich wieder, es läuft gerade, äh, ja, sehr mediocre, ich weiß nicht, woran es liegt, irgendwie, die ganzen, Mann, 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 ich muss unbedingt mal, Mann, 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 Ich stelle die, die guten Tag, Meeple Roam Fuck off, dann spiel ich nochmal Woid, das lief ja das letzte Mal eigentlich ganz okay. Dann krieg ich auch ein Nature´s. 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 Dann kriege ich auch ein Nature´s. Dann kriege ich auch ein Nature´s. Dann kriege ich auch ein Nature´s. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Um schneller zu farmen Aber jeder Bild auf Void hat doch die Hatten wir Mjolnir. Hm. Ich meine, Battle Fury gefällt mir schon. Nein! Motherfucking idiots! Schütz. Schütz. Triland! Okay, ich bekomme einen Farm. Shit. Schade. Oh, das war knapp. My path on spools. Dark portions ahead. Time is the coolest cut. Fuck. Okay, jetzt habe ich boots. Okay. Wo vergebe ich dem den scheiß Tango? Wo vergebe ich dem den scheiß Tango? Oh. Jetzt stehe ich hier alleine. Alleine mit wenig Leben. Okay. Okay. Oh. 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 Oh, dass er mich nicht erwischt hat. Okay. Oh. 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 aber ich eigentlich schon in perfekten Farben nichts machen kill haben wir noch bekommen aber ja 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 Du hilfst mir nicht viel. Ruhig zum Oblivion. Mein Weg auf Spohlen. Zeit fließt. Schuss! FACE FORWARD! FACE YOUR DOOM! Ich stehe hier ohne das kleinste bisschen Kontrolle, ohne Vision. Ich hab gerade mal meine Boots. Ich bin auf dem Ende. How much farm did Anti-Mage get? Inexor Mode. Time quickens. A path foreseen. He 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 he. Dark port in Zane. Ich bin mit Lars jetzt hinterher. Ich könnte kratzen. Es ist jedes Mal. Da haben wir einen Support. Ich weiß nicht. Die Zeit fließt. Die Zeit fließt. then geht's. FACE FORWARD! Oh! Nice! SPRING! I go! My path on spools Thank you A path for sea S for tower Time flows Thank you for the kills and upsets you Mal wieder Nichts was man nicht wieder aufheben kann, aber der ist Level 8 mittlerweile AHHHHH Wow Face forward Face your doom Kannst du es einfach mal lassen, es überhaupt zu versuchen Das war Das war Das war Das war Das war My path on spools Your bottom tower is under attack What kind of skipper are you? Look who's talking They're trying to break your Your income Face the future Mask of magic Kill Primal Shard Regeneration Attack Face forward Face forward Steal your face Roll to oblivion Roll to oblivion I go I go Out of line Out of line Yes The boss of the enemy is taking a dropping Don't let them disfast you Don't let them disfast you The march of time The enemies bottom tower just keeled over Inexorable I'm open Your middle tower is under attack Dark portents eh What's this? Dyer fortified their structures? Your middle tower is there Feel my mace Is that a mirage? Yes A path foreseen I have to go I will turn to the branches Das muss ich unbedingt haben. Das muss ich unbedingt machen. Roll to oblivion. Time to fight. My path on spools. Time to fight. Help your bottom tower. Radiant thing. Fortification can save them. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Inexorable. Got it. Come on. Gut. Meine Passivariance habe ich jetzt auch. Ich hoffe einfach mal. Level 11. Mal noch einen scheiß Level Vorteil. Ja. Face your doom. Sparing spree. Double kill. Face the future. Halloween. Macho. No. End Void. Face forward. Just try. DERMINATING. Attack. Wow! You can't play 4 vs 4? Anti-Mage is up here farming. What the hell? Fuck. 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 Ich weiß nicht was sie haben. Ich werde gejumpt Weil die hier vermutlich irgendwo Vision haben Muss ja so sein Ja Nein, komm ich eh nicht, weichzeitig Ja, mein Natur ist Ja Time's up Face forward Inexorable Time flows Ich bin derjenige, der das versaut hat Ich bin derjenige, der das versaut hat Ich werde ganz schön Ich werde die Ich gebe dir ganz schön WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich stehe jetzt außen. Ich stehe jetzt auf den Weg, ich stehe jetzt auf den Weg, ich stehe jetzt auf den Weg. Hahaha! Mein Pfeil auf Spool! Müsst es sein! So muss es sein! Schmerzige Spiele! Ich bin hier! Ich gehe! Woaaahhh Awww Hmm The power is up to attack Face forward Yes The march of time My path unspools A path foreseen In X remote Indeed It shall be It shall be Nice Illusion Time is money Hehehehe I'm here Foreseen is four on Okay Face forward Time flows My path unspools My path unspools Sooo Face the future Okay Okay Feel my mace In X remote Radiant structures are fortified Hmm The march of time The march of time Something bad Is happening to your top tower Dark portents ahead Okay A path foreseen A path foreseen I'm here Whoa Okay I go Wait I can't see My path for my body The race The race The race The race And I'm here To my body The race The race As a sign The race The race The race The race Oh So... So... ... ... ... ... ... Hm, heheheheh, okay. So. Okay. 2 14 das läuft auf jeden fall schon mal besser nicht optimal ich hätte mein farm hätte definitiv besser sein können am anfang aber linken ist okay 100 extra Damage. Hä? Wie das denn bitte? Sind die echt so dämlich? Ja. Unstoppable! Road to oblivion. Mhm. My path unspools. Dark forces ahead. It shall be. The enemy's bottom shrine has fallen. The sea holds no sanctuary. The marks of time. Oh. Wow. Wow. Hätte ich nicht Kronoen sollen? Vermutlich, ja. Krono, da ich wenigstens noch einen Kill rausbekomme. Ich meine, Monkey Kimba hätte ich auch gehabt, wenn sie dann reingesprungen wäre. Ja. Ich könnte tatsächlich ein bisschen mehr Einfluss haben. schwer aus ein Halt. Der ist doch ein Halt. Wo war es überhaupt? Ich habe ein Halt. Ich bin ein Halt. Ja, ich bin ein Halt. Die Reihe ist weg. Ich bin ein Halt. Ich bin ein Halt. Ich bin ein Halt. Ich bin ein Halt. Witteschön. Was ist das? Eigentlich wurscht, wenn ich hier einen kriegen kann. Eigentlich wurscht, egal wer. Wann ist das Dreisen mal da oben? Aber die haben keinen erwischt von uns. Der Natur ist da. Schade. Da fehlt mir nicht die BKB, da fehlt mir Survivability. Rüstung, ne? Satanic? Rüstung. Eondisc. Das wär was. Eondisc. Kommt PA rein, prod die Eondisc. Und ich hau drauf. Auf der Fall nicht verkehrt. Pango. Was hab ich eigentlich für den Pango leer bekommen? 300. Sie hat 800 für mich bekommen. Scheiße. WINDER. 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 Das ist nicht gut. Oh, shit. Oh, das war eine Double Damage. Double Damage. My path unspult. My damage will improve. Hm. Dark port in the hay. So. I go. So. Wo ist jetzt? Ah. Mantra Style. Oh, fuck. Oh, fuck. Rewind. Hm. So was kann. Aber warum hat der schon einen Blink? Das ist nicht immer noch. Der hat einen. Blink Refresher. Oh, natures. Okay. So. BKB. Würde mir nur helfen, wenn ich schnell genug reagiere. Das heißt, wenn der Vollidiot blinkt. Hm. Okay. So. Oh. Der hat einen Zepter. Das ist natürlich die absolute Oberkacke. Naja. Der hat einen Zepter. Der hat den Kloß in der Kro nur erwischen könnte. Ah. Ich bin noch der hat einen Zepter. Wird nicht schneller sein sollen. Komm schon. Nicht schlecht. Komm schon, Mann. I go. Fuck. Fuck. Oh, so ein Drecksack. Oh, du musst da raus. Nicht schlimm, brauchen wir noch nicht mal griffen. God, nee. Dann hätte ich die Krono früher bekommen. Oh, shit. Okay. That went well, I think. Hmm. Ich muss den NDR-Bass Das ist ein Aoe, das ist ein Aoe. Das wäre ein Versuch wert gewesen. Mittlerweile ist mein Angriff einigermaßen ordentlich. Oh, das hört sich nicht gut an. Hoppla! What the heck? I can't bear to be seen. Endlich! Aaaaaahhhhhh! Pia ja wenigstens habe ich erst Age's abgenommen. Nächstes wären wohl Boots of Travel dran. Aaaaaahhh! Aaaaaahhh! Nicht gut. Oh, das ist bemerkend, die gar nicht. Fuck, man! So ein wenig... So wenig Damage. So wenig Damage. Oh, diese scheiß Mask of Madness. So schlimm ist, ich muss erstmal meinen scheiß Spyback zusammen bekommen. Roll to Oblivion. Mein Gott! Ein scheiß Fehler, weißt du? Ja. 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 Das ist ein Stress. Ah, ist ein Stress. Ah, ist ein Stress. Okay. Oh, shit. Ah. Ich hab nicht mehr viel. Okay. Hopla. Oh, ja. Oh, ja. Dang it. Ich meine, ich könnte... I go. Time flows. Time's up. Okay, es war ein Versuch gehört. Definitiv. Und es hat ein Buyback gegeben. Das war auf jeden Fall das Wert. Ah. Das machen wir nicht. Was macht eigentlich das Zepter bei mir? Okay. Cooldown, okay. Cooldown, okay. I'm here. I'm hard foreseen. Aha. Ist halt die Frage. Cooldown... Okay, Battlefury kann ich eigentlich verkaufen. Dann... Ich kann mir... Battlefury gegen... Butterfly... Okay. Okay. Da! Was soll ich mir sagen? Irgendwas war mit meinen Fingern komisch. Warte, ich bekomme noch ein Butterfly. Weil ich habe zwar jetzt wenig... Weniger Damage, aber... Hm. Hm. Ahhhh, shit. Ahhhh, okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Manchmal hast du halt doch wieder gegen die Battlefury tauschen. Hm. Jaass doch... Wir schauen! Wow! Mir inletien! und schon okay Ich werde zum Schluss noch mal nützlich. Ich werde zum Schluss noch mal nützlich. Ich glaube es nicht. Junge, 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 Junge. Okay, alle kommen ja nicht. Boah, dass ich die Battlefury verkauft habe, das war ein Ticken doof. Da hätte ich eher Samantha-Style verkaufen sollen als die Battlefury, weil da der Damage auch noch drin gesteckt hat. Oder drin steckt, wenn du den Damage hast. Vielleicht könnte man das Butterfly mit der Attack-Speed 110. Ja, kann man nicht. Gut, ich hätte mir stattdessen einen Moonshard holen können, Mask of Madness gegen einen Moonshard tauschen. Weil das ergibt 120. Genau, ich hätte mir... Verdammt! Mask of Madness gegen einen Moonshard. Und dann... Vielleicht die BKB gegen den Satanic? Wäre auch noch ne Möglichkeit gewesen. Junge, Junge, Junge. Der Bounty hat echt rein gekloppt. Gott. Ich war zwischendurch so abgeschlagen. Bei meinem Timing eben. Das Timing war ein bisschen doof, weil ich oben nicht so viel fahren bekommen habe, wie ich hätte bekommen sollen. Das war sehr ärgerlich eigentlich. Und... Ja. Ich meine... 21 Minuten Battlefury. Hm. Ich meine... 10 Minuten Morbid Mask. Mask of Madness. Das wäre schön gewesen, weil ich habe auch 5 Minuten fürs... 10 Minuten- Oh! Predicions ending. Aber ich glaube für heute habe ich meine Predictions... Preservative. Predicont schon. Fent talvez für heute habe ich das schon. Liquid Storm. Immer die besten Spieler nehmen, ne? 800 Punkte. 995. Das gibt's einfach nicht. 940, da bin ich 100 Punkte hinten dran. Ich mein, der Tag war nicht schlecht. Ich will hier mit der SECC. Gut, ich hab sogar ein EGIS-Warn. Ähm, sie waren gut von den Punkten her, aber es hätte besser sein können. KP hat enttäuscht, schade, 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 schade. Aber ich mein, mögliche Resolution, Ice, 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 Kuroki und, äh, No Fears, glaub ich. Wer spielt denn, ah, jetzt muss ich gucken, wer spielt denn heute noch dreimal? Nein. Ich bin da mal schnell. Äh, 90, 18. Eine Sekunde, Group Stage, Tag 3. Tag 3. Was wie, OG spielt dreimal. OG tatsächlich nicht. IG, 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 IG war auch nicht schlecht. IG. So, holen wir mal. IG, 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 IG. Bin ich jetzt doof und finde IG nicht? Nein, da. Q. Ich hab gern bei Boker genommen. Psst. Death Creep Score auf einem Support. Server was placed, First Blood Stun. Fanatic war auch nicht schlecht. Fanatic war auch nicht schlecht. Pile I Die. Oh ja, der hat straight überall 15. Death Creep, Server. Aber, nee, Kills Tower, Kills, Cream Stack. First Blood Stunz. Damit kann ich leben. Der wird mir hoffentlich viele Punkte einbringen. Bessere Miracle Karte wär eigentlich schön. Aber ich hab ja nicht mehr. Leider. So, hab ich ja sogar noch zwei. Ja, leider Miracle noch eine Karte. Na gut. Na gut. Dann, äh, sehen wir uns in der nächsten Runde gleich wieder. Ich muss noch mal kurz aufs Klo und vielleicht einen Schluck trinken. Also, weiter geht's. Dann, ja, weißt du mal kurz. Ja. Ja. Also, bis jetzt mal kurz dazu. Das Gameinseheizungsmaß ist ja march. Weil, vielleicht sogar hier. Also, das Ganze ist ja einfach. Wirm, vielleicht. Wir können jetzt mal kurz. Weißt uns mal wieder cage. Also, das Ganze Harper und WEylon tools. Vielen Dank.